Hi, ich bin Stefan und wir schauen uns heute nochmal die Deutsche Telekom-Aktie an. Die haben jetzt gerade vor zwei Tagen ihre neuen Quartalsdaten bekannt gegeben und ihr seht es hier schon im Titel, plus 30% Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Zahlen waren ziemlich gut und jetzt ist die Frage, wo geht es gerade hin? Und genau das wollen wir uns einmal anschauen. Das Ganze ist ein Follow-up-Video hier zu diesem Video, was ich letztens veröffentlicht hatte. Ich mache Turnaround-Trading jetzt seit ungefähr 20 Jahren und was ich so gelernt habe und so, das zeige ich dir hier in meinen Videos und in meinem Coaching. Einmal ganz kurz der Risikohinweis. Denk dran, Aktienhandel ist nicht nur mit Chancen verbunden. Du kannst das Geld auch verlieren, du bist selber dafür verantwortlich und ich kann da keine Haftung für übernehmen. Wenn du es genau wissen willst, mach einmal kurz Pause und lies es dir kurz durch. Ja, hier haben wir jetzt den Maximal-Chart. Ja, und wie wir hier sehen können, ist die Aktie ordentlich hier nach oben geschossen beim IPO und dann ist das Ganze wieder abgestürzt. Das ist der Fall, wo gesagt wird, dass die Deutschen den Mut an dem Aktienmarkt irgendwie verloren hatten und seitdem haben wir jetzt irgendwie hier so eine Seitwärtsbewegung. Wenn wir jetzt einmal kurz ein bisschen genauer reinzoomen hier auf die letzten fünf Jahre, dann sehen wir auch, dass wir hier immer wieder hier in diesem Band zwischen 13 und 17, 18 gelaufen sind und ja, jetzt hier nach Corona oder während Corona sind wir hier ziemlich runtergeknallt bis auf 10,50 und seitdem haben wir fast 100% wieder plus seit dem Tief. Aber wie wir auch sehen können, wir sind hier über diese Hochs rausgebrochen und jetzt ist die Frage, wo könnte das eventuell hingehen? Und das ist momentan ziemlich spannend. Ja, vielleicht einmal so zur allgemeinen Information. Aktuell zahlt die Deutsche Telekom 3,2% Dividende und macht 4,7% Gewinn. Also wenn ihr 1 Euro investiert, macht das Unternehmen 4,7 Cent Gewinn und schüttet davon 3,2 Cent aus. Die Unternehmensrendite ist mit 3% nicht sonderlich hoch, aber relativ gut. Das heißt, dass wenn das Unternehmen 1 Euro einsetzt und damit Gewinne versucht zu erwirtschaften, dann bekommen sie da 3,1 Cent und die Einkapitalquote ist mit 25,7%. Naja, eher am unteren Level dessen, was so in Ordnung ist. Mit 7 Punkten ist die Deutsche Telekom allerdings relativ gut aufgestellt. Meine Skala geht ja von minus 15 bis plus 17 und da ist 7 durchaus ganz solide und ordentlich. Wenn wir einmal kurz auf die Geschäftsentwicklung schauen, sehen wir, dass das Ergebnis je Aktie relativ konstant ist, aber so einen gewissen Aufwärtstrend einfach zeigt und die Umsatzerlöse sich auch sehr schön entwickelt haben. Vor allem jetzt hier in 2020 ist der Umsatz hier um 20.000 angestiegen. Also das ist wirklich enorm, es sind 25% mehr Umsatz. Und ja, das ist also prinzipiell erstmal sehr positiv. Und auch beim Eigenkapital sehen wir diese sehr positive Entwicklung. Wir sind hier von ungefähr 43, 42 Milliarden jetzt raufgeschossen auf über 70 im Eigenkapital und die Bilanzsumme, also der Wert des gesamten Unternehmens ist halt auch stark gestiegen. Ja, also wie wir sehen können, die Deutsche Telekom wirtschaftet prinzipiell erstmal sehr solide. Ist natürlich jetzt keine wahnbrechende Technologie, die die irgendwie präsentieren oder so, aber es ist ein sehr solides Geschäftsmodell, was sich über Jahrzehnte halt bewährt hat. Und da blicken wir jetzt auch noch einmal kurz genauer hin. Was macht die Deutsche Telekom? Also sie ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen der Telekommunikation- und Informationstechnologiebranche. Heißt, wir sind einfach weltweit aufgestellt, sind in über 50 Ländern aktiv. Und ja, was bieten sie im Endeffekt an? Ja, Festnetz, Breitband, also Internet und Telefon und Mobilfunk und Fernsehen im Wesentlichen. Das ist so das Standardgeschäft, wobei es halt vor allem um die klassischen Anschlüsse geht, also um die Hausanschlüsse. Jetzt blicken wir aber auf die Q2-Daten und gucken mal, und gucken mal, ob nicht hier ein Ausbruch nach oben, vielleicht so 20, 30 Prozent nicht durchaus gerechtfertigt ist. Genau, wir gucken jetzt hier einmal in die Q2-Daten. Das ist jetzt erstmal nur die Präsentation, die die Deutsche Telekom zur Verfügung stellt. Also wir sehen hier, der Umsatz ist weiter gewachsen um 7 Prozent, obwohl wir diese sehr guten Zahlen im letzten Jahr hatten. Und sie konnten ihre Medium-Term-Targets, also ihre mittelfristigen Ziele, erreichen. Das bezieht sich jetzt auf die gesamte Gruppe und das Kreditrating ist prinzipiell erstmal stabil. Außerhalb der USA haben sie ein gutes Konsumentenwachstum. Ja, und hier T-Mobile US geht es auch ziemlich gut. Sie haben da ein gutes Momentum, was die Integration von ihren Akquisitionen angeht. Und ja, sind hier Industrial Leading, sagen sie, also führend ihrer Perspektive nach. Ja, schauen wir uns das einmal kurz an. Das EBITDA, also der Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Amortisierungen, ist allgemein ziemlich gut gewachsen. Das hier sind die Funkmasten, die sie betreiben. Die haben sogar um 8 Prozent zugelegt und die anderen so alle so ungefähr um 4 Prozent, je nach Region und Systems. Das ist, meine ich noch, der Unternehmenssektor, der hat nicht ganz so stark zugelegt. So, wenn wir uns angucken, wo kommen die Gewinne her, dann sehen wir das hier auch sehr schön. Also den Großteil des Gewinns macht die Telekom nach wie vor in den USA mit 11,44 Milliarden. Nochmal 4 Milliarden in Deutschland und ja, noch so 2 nochmal zusätzlich in den anderen Bereichen. Da sehen wir jetzt auch hier dieses GD, was so prinzipiell erstmal ziemlich gut abgeschnitten hat. Das ist hier dieser Bereich. Der ist also relativ klein im Vergleich zum Gesamtbereich. Aber wenn wir uns das angucken, der Umsatzkonto um 12,8 Prozent gesteigert werden im ersten Halbjahr. Und das ist wirklich sehr, sehr gut und auch der Gewinn ist um 68,6 Prozent gestiegen. Also prinzipiell nach wie vor eine sehr gute und starke Entwicklung bei der Deutschen Telekom. Ja, wenn wir uns einmal die Networks angucken, also der Ausbau von Glasfaser und 5G, dann sieht das Ganze auch ziemlich gut aus. Und zwar sehen wir hier den Anteil der Häuser, die sie versorgen in Deutschland und in der EU im Allgemeinen. Also das ist immer getrennt, weil sie natürlich in Deutschland eine sehr starke Position haben, einfach weil sie hierher kommen. Was auf jeden Fall gut zu erkennen ist, dass alle Bereiche wachsen. Und zwar geht es hier jeweils um Millions. Tja, also prinzipiell eine sehr positive Entwicklung, was wir hier haben. Ja, schauen wir einmal kurz auf die Konsumenten. Da können wir sehen, dass in den USA sie ein unheimliches Wachstum in letzter Zeit hinlegen. Und das auf diesem sehr hohen Niveau. Und das ist auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass die Deutsche Telekom durchaus Potenzial nach oben hat. Hier im Broadband und TV gibt es natürlich jetzt nicht so viel. Aber naja, gut. So, hier sehen wir jetzt auch die sehr positive Entwicklung. Also das war ihre Erwartung am Anfang. Und die haben sie jetzt zweimal gesteigert, jetzt nach den Quartalsdaten. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv, weil es einfach unheimlich gut läuft aktuell im Unternehmen. So, dann haben wir jetzt hier einmal den Vergleich zum Jahr zuvor. Wir sehen hier, die Umsätze sind leicht gefallen im zweiten Quartal. Also dieses Wachstum um 12,8% kommt halt vor allem aus dem ersten Quartal ganz offensichtlich. Weil aus dem zweiten Quartal kann es prinzipiell erstmal nicht kommen. Sehr, sehr erfreulich ist meiner Meinung nach hier vor allem der Gewinn, der sich hier sehr, sehr stark entwickelt hat. Ja, also hier 66% mehr Earnings per Share. Das ist natürlich ein ordentliches Ergebnis und sehr, sehr positiv. Gerade 66%. Man sagt immer, bei Aktien ist es vor allem so die Gewinnlage, die wir aktuell bei einem Unternehmen haben, die halt wirklich bestimmt, wo der Kurs hingeht. Und deswegen, ja, sind diese 66,7% wirklich sehr, sehr prima. Bezogen natürlich auf das Halbjahr sind wir jetzt bei 30%, was aber auch immer noch sehr gut ist. Wir sind jetzt bei 70 Cent. Der aktuelle Aktienkurs, der liegt bei 18,55. Da sehen wir schon, so richtig günstig ist die Aktie momentan nicht. Trotzdem bewegt sich der Aktienmarkt ja nicht unbedingt nur wegen der fundamentalen Daten, sondern auch wegen dem Momentum, was dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, gerade ziemlich positiv. So, hier sehen wir einmal die Entwicklung in Deutschland. Meiner Meinung nach kann man diese in erster Linie als konstant betrachten, wenn wir uns das hier angucken. Auch wenn wir ein leichtes Wachstum hier haben, um 1% beim Umsatz und um 3,7% bei EBITDA. Aber wie gesagt, der Gewinn, den macht die Telekom einfach in den USA aktuell. So, dann kann man sich noch angucken, wie werden Daten benutzt, ja, in Deutschland. Da sehen wir, der Datenverbrauch ist stark gestiegen von 4,7 auf 6,3 hoch. Ja, hilft ihnen natürlich nichts, weil sie natürlich in erster Linie auch von den Verträgen her das angepasst haben. Nichtsdestotrotz ist das, finde ich mal ganz interessant, das mal so zu sehen, wie die Entwicklung so ist. So, was kann man noch sehen? Wir sehen, dass sie durchaus ein starkes Wachstum hier beim Internetanschluss haben. Und zwar 93.000 neue Anschlüsse haben sie gesetzt oder bekommen. Bei den TV-Anschlüssen sind es 37.000. Und das ist also erstmal ganz positiv. Hier sehen wir den Abfluss in den Quartalen. Und hier jetzt in Q2 sind nur 7 Millionen Nutzer gegangen. Also, wir sehen hier irgendwie so einen negativen Trend oder natürlich einen positiven Trend jetzt für das Unternehmen, dass es weniger wird, also die Abflüsse von der Telekom zu anderen Anbietern. Ja, gucken wir uns einmal kurz an, wie sieht es momentan so unternehmerisch aus. Da gibt es an sich keine großen Veränderungen. Wir sehen jetzt hier die unterschiedlichen Daten. Und das hier ist das aktuelle Datum. Wir sind hier bei der Bilanzsinnung immer noch bei 270 Milliarden und haben 28,5% Eigenkapital. Ja, also ganz positiv. Und die Ratings sind auch Kredit-Ratings bei Fitch und bei S&P. Bei Moody's bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wann die Investmentgrade sind. Wenn ihr das gerade wisst, schreibt das doch mal unten drunter in die Kommentare. Hier können wir uns noch einmal kurz anschauen, wie sie das Ganze erwarten. Also in Europa erwarten sie einen stabilen Umsatz und ein leichtes Wachstum hier in diesen Bereichen. In den USA erwarten sie nach wie vor ein starkes Wachstum. Also sie gehen erstmal davon aus, dass das noch so weitergehen kann, wie sie das momentan haben. Ja, das soll erstmal einmal reichen, was den Quittalsbericht angeht. Also wie ihr sehen könnt, die Zahlen sind einfach sehr positiv und da müssen wir, denke ich, auch nicht groß weiter drauf rumreiten. Das US-Geschäft läuft einfach super und der Rest ist im Wesentlichen mehr oder weniger konstant. Und wächst nur ganz bisschen. Ja, also wo kann es jetzt hingehen? Kann man sich jetzt ja mal fragen. Gehen wir einmal kurz so die Szenarien durch, die ich für realistisch halte. Also wir sind aktuell bei einer Investmentrendite von 7,7%. Ich könnte mir vorstellen, dass die Investmentrendite bis auf 5% durchaus fallen könnte. Das würde ungefähr Kursen um 25 Euro entsprechen. Also das ist, denke ich, so die obere Seite, die man sehen kann bei der Deutschen Telekom, wo der Kurs aktuell hingehen kann. Also so bis 25, knapp unter 25 halte ich durchaus für nicht unrealistisch, wenn das Ganze weiter an sein Momentum behält. Ja, was kann noch passieren? Es kann natürlich auch irgendwie in die andere Richtung gehen. Das ist immer klar. Wir haben hier dieses relativ starke Niveau um 15 rum. Das heißt, es könnte durchaus auch irgendwie in diesem Bereich runterfallen. Wie könnte man das Ganze jetzt machen? Also wenn wir das Ganze uns hier mal anschauen, dann haben wir hier einen relativ klaren Aufwärtstrend. Man könnte versuchen, diesen Trend zum Beispiel zu handeln an dieser Stelle. Was würde ich nicht machen? Ich würde jetzt nicht zu diesen Kursen einfach kaufen und die Aktie liegen lassen, so wie Kostolani mal gesagt hat. Also Aktie kaufen, liegen lassen. Das halte ich momentan für relativ fahrlässig und kann ich euch definitiv nicht empfehlen. Aber wenn ihr sowieso so ein bisschen im Trading seid, denke ich, ist die Deutsche Telekom durchaus gerade interessant. Gerade weil die fundamentalen Daten halt denen auch so da reinsprechen. Und dann lohnt sich das, denke ich, dass man sich das Ganze einmal genauer anschaut. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt kommen noch ein paar Vorschläge. Einmal meine eigenen Aktien, die ich aktuell investiert bin. Dann noch die Lernvideos, wo ich so ein paar Infovideos gemacht habe. Und noch ein weiteres Video, von dem ich denke, dass es dich interessieren könnte. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!